Äh und wir machen heute eine neue Folge Skribbel schon wieder, weil Skribbel macht Spaß. Wir haben letzte Runde, falls ihr die nicht gesehen habt, ist die hier oben beim i eingeblendet. Da habe ich diesen wunderschönen Saturn gezeichnet übrigens. Müsst ihr gar nicht so neidisch gucken? Doch. Die Kamera so zu ziehen, dass es nicht an der Ecke überschließt. Okay, das ist... Das ist furchtbar. Was zur Hölle soll ich denn davon nehmen? Das ist zu viele gute. Kernspintomographie, ganz ehrlich, wie soll man das denn da stehen? Was ist Tomatographie? Kernspintomographie. Weißt du nicht, was du Kernspintomographie gibst? Nein! Das ist, wenn man in so ein Gerät kommt und dann... Nein! Okay, ich mach hier mal so. Das hier ist ein Hund. Das ist doch kein schöner Hund, aber es ist ein Hund. Das ist doch kein Hund nicht. Und es gibt eine Hunde... Also, die Hunde sind ja entstanden aus was für ein eigentlich Hund? Was Wölfen? Ja, genau. Und jetzt durch dieses Wort, was sie, was Ronja eben ausgesprochen hat. Wirbelsäulenverletzung. Wenn es Land gibt. Na hier so. Das hier ist Land. Das hier ist so Land und alles da drumherum ist... Hä? Das hier drumherum ist alles so Dingensens. Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das? Es gab nichts anderes. Ihr habt gehört. Was ist denn das? Seewolf. Aber du hast das Falsche eingefärbt. Ja, ne. Das war... Nein. Es war einfach... Wie sollte ich... Ich musste Kernspintomographie und dann Urang-Utan und Seewolf. Ich wusste beides. Ich wusste aber die drei Sachen, wie ich es nicht machen soll. Du bist ein Tops. Du darfst doch nicht so verkrampft sein. Verkrampft. Verkrampft. Ich hab ja nicht meine Ahnung, wie ich... Okay, Ronja, was machst du hier? Ich mach was schönes. Rakete. Uh, ist das ne Rakete? Tops, du hast ne Rakete mit CK geschrieben. Rakete. Ja. Ja, Rakete. Hä? Okay. Das sind... Die Abgase sind das. Das ist echt gut. Das sieht nicht nice aus. Das ist schon ein bisschen ugly. Aber... Die Wolken sind... Reißen es nochmal. Ja, ich glaub, die Wolken machen es. Sonst wär's nichts geworden. Du sollst schreiben, was es ist, nicht was du die ganze Zeit hier machst. Abgase. Es ist schon in die Richtung. Aber wie nennt man dann das Gebäude hier dann? Ähhh... Da machen wir noch Sonnen. Hä? Dann machen wir hier. Ja, Tops. Mal schauen. Was krieg ich denn jetzt? Oder wer ist jetzt dran? Jetzt bist du dran. Oh, schick. Was ist ein Filmstecher? Was ist ein... Okay, ich nehme jetzt zusammen. RONJA! Ach! Wie ist das? Traust du das? Nein! Hört auf! Du bist ja böse. RONJA! RONJA! Wie ist das? Der ja misbehaving. Ist er grade misbehaving? Ist er grade misbehaving? Das ist jetzt meine persönliche Frage. Finde ich ja misbehaving. Ich weiß nicht, was ihr habt. Hä? Okay. Hast du es eigentlich so gemalt, als ob man es erkennen kann? Äh? Oh nein, das wollte ich nicht. Nein! Nein! Jetzt ist es wieder weg. Dass er es einfach weggemacht hat, muss ich sagen, fand ich nicht so gut. Weißt du was? Ich komme jetzt mal nicht mehr ran. Das war's. Viel Spaß. Okay, Ronja! Komm wieder zurück! Nee, Ronja, komm mal hier. Es sind erst 400 Punkte. Topster ist erst 200. Den kannst du einholen. Was ist das? Ich werde euch auch einholen. Was ist das? Ich kann nicht mitspielen! Doch, kannst du. Bei mir steht der World Wars Sonnenblume. Nein! Ronja, das ist so. Oh, komm mal jetzt. Ah, geht doch. Hä? Wann bist du nicht drin? Doch, guck! Siehst du? Ich arbeite mit der Hochrekehr. Komm mal. Du hast schon über halb so viele Punkte wie Tops. Oh, hier was Schönes! Ich weiß nicht, wie man die Flosse macht, deswegen mache ich das jetzt weg. Bam, da ist schon mal ein Ding. Ey, das sieht aber auch wie ein Storch aus. Ja, ich war da... Ich habe es nicht so ganz hingekriegt. Ich habe irgendwie zu weit mittig angefangen und dann nach links gemalt und es lief viel schief. Okay. Das ist eigentlich jetzt nice. Das ist ein geiles Thema. Okay. Pfütze. Urinpfütze. Hamburger? Was macht man denn da jetzt noch? Was macht man denn da jetzt noch? Cheeseburger? Es ist nicht warm. Äh... Es ist kalt. Oh! Äh... Äh... Was ist denn das? Hä? Sandwich. Sandwich. Ich dachte nicht, dass es das wirklich ist. Oh, vier Buchstaben! Ich hole Tops wirklich ein! Nice! Der ultimative Sieg. Guck mal, ist es nicht noch ein viel dominanterer Win, wenn du über Tops bist? Äh... Weißt du, wenn man auf den Boden zurückgeworfen wird, steht man einfach wieder auf. Ja. Guck mal, das hier so und dann gibts noch das hier oben. Ist wieder ein Hund, oder? Ja. Armor. Hä? Das hier. Oh nein! Schlo war doch schneller. Weißt du, meine Tastatur hämmer die Tasten immer schneller rein. Das ist auch schon wieder... Oh, ich habe was Gutes. Ich habe was Gutes! Diesmal ehrlich. Hier ist was langes. Orion. Willst du dich nicht rechnen? Okay. Lass mich bitte fertig malen. Es gibt leider nicht die richtige Farbe. Willst du dich nicht rechnen, Flo? Ich bin reformiert. Flo, willst du dich nicht rechnen? Es gibt leider nicht die richtige Farbe. Bitte lasst mich fertig malen, okay? Es ist ein Vogel, aber ich weiß nicht, wie du hast. Nee, es ist kein... Okay, lasst mich hier fertig malen. Warte, er hat so einen... Hut? Hut auf. Ich dachte auch ein Pokémon grad. Ist ein Charakter. Eigentlich solltest du türkisgrün sein, okay? Deswegen füllen wir den jetzt mit grün. Aber wir haben halt kein türkisgrün, okay? Das müsst ihr immer bedenken. Und das Problem ist halt, ich hab halt leider nicht die Ressourcen. Ich hätt schon das... Ich hätt ja... Weißt du was? Ich spoil dich, weil der mit Tops wenige Punkte kriegt. Weil der nicht kicken wollte. Weil der nicht kicken wollte. Hä? Und der hat... Dann hat der halt so Augen... Ist ein Detektiv, musst du wissen. Detektiv? Ja, ist Perry. Schnabel... Schnabel... Tier. Wow. Ich wollte schon Perry schreiben, aber dann hätte Tops gewusst, was es ist. Und guck mal links, wer hat am Punkten höher als Tops ist. Das ist das, was ich sehen will. Aber auch noch um Abstand, gell? Auspuff! Ne? Was zeichnest du denn? Okay... Wenn du das jetzt machst, scho, dann... Die Fischlo. So. Was ist denn das? Die Fischlo. Auf Flo, ich hasse dich. Ich hasse dich. Nein. Das Kribbel macht richtig Spaß. Ich hasse dich, Flo. Oh, ein langes Wort. Was hast du dir ausgesucht? Aber es ist halbwegs knapp, Tops. Du kannst ihn doch überholen. Okay, was ist es? Was ist es? Wenigstens funktioniert dann aber aus Tops. Ja, das stimmt. Ohne Mist, es gab lange keine Aussetzer mehr. Das sieht aus wie ein Akku-Pack. Für mich. Was ist Tops? Im Kindergarten könnte man das besser zeichnen, glaube ich. So hat die Fresser. Brief. Es ist kein Briefumschlag. Es ist kein Briefumschlag. Es ist auch so ein Briefumschlag. Es ist A... Okay, jetzt hat es noch so ein... Tyrann? Das ist so ein... Das hättest du so viel besser machen können. Aber es ist nicht schlecht, was du gemacht hast, aber du hast nur alle angebracht. Es ist okay. Es ist nicht schlecht. In der Mitte würde ich sagen. Es ist nicht schlecht. Okay. Au. Sieben Buchstaben. Hä? Och bitte. Das ist jetzt nicht so schwer. Ah! Ja! Ha! Das sehe ich als Sieg in meinem Leben. Kommt in mein Lebenslauf. Kommt in mein Lebenslauf. Oh nein, ich bin noch nicht fertig. Ich habe Worn überholt. Was? Oh oh! Oh! Mayday. 25 Punkte? Nein! Egal, der Zeichnet kriegt immer am wenigsten. Komm ran, ja. Komm, mach das nicht. Das ist nicht. Wo ist es nicht? Wo ist es nicht? Wisst ihr? Inuit! Das ist nicht ich ehrlich erraten. Jetzt könnt ihr wirklich halt alleine. Okay! Nice! Du wolltest mir meinen ersten Platz streitig machen. Und dann hast du das Wort Inuit gewählt. Was? Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wie ist denn das da? Ich glaube, ich mache keinen Spaß mehr. Du hast mal einen schwarzen Ball. Oh mein Gott! Das war doch gut, oder Ronja? Träumchen! Oh, warte. Ich muss jetzt auch noch was machen. Ja, ich glaube auch. Kannst du mir nicht mehr mal sagen, was das ist? Es ist Küste. Ah! Küste! So! So funktioniert das! Erster Platz! Zweiter! Wow! Wow! Flo, welcher Platz bist du denn? Ich weiß gar nicht. Flo ist vierter, glaube ich, geworden, oder? Schlechte Menschen. Weißt du, Flo... Ich habe erst mir Sorgen gemacht. Flo hat es richtig aufgeholt, weißt du. Wir hatten den ja gekickt. Er hat da richtig vor beide Nummern angezogen. An uns allen beiden. Und dann... Aber dann ist zum Glück sein PC-Nummer disconnected. Ja, ich glaube, Flo hat einfach einen Internet-Crash gehabt, oder? Ich glaube auch, Flo hat einen Internet-Crash. Vielleicht hat da jemand das Kabel rausgezogen. Ich glaube, Flo möchte dich zu sehr handicappen. Flo, wenn du beim nächsten Mal einfach gewinnen willst, dann sag das doch. Ja, Flo. Hä? Dann musst du nicht extra den Computer abschalten für? Ja, ne? Das geht so. Du kannst doch einfach... Wenn du nicht mehr mit uns spielen willst, dann sag ich's doch eins. User disconnected from my channel. Alles klar. Dann warst du das. Übrigens, weil viele in die Kommentare schreiben, Ärger doch nicht den, Ärger doch nicht den. Das ist Spaß, okay? Wir sind alle froh. Ich hatte meine Zeit. Jetzt ist das Flo dran. Wenn ihr Mitleid mit Flo habt, dann sitzt einfach F. Nein, schau. F in den Chat. F in die Kommentare. Einfach F in die Kommentare. Nicht V, sondern F. F ist mit so... Nein. Nicht Vogel V, F. Na gut. Aber immer schön waschen, weil man schwitzt in letzter Zeit, ne? Bis zum nächsten Mal. Bitte hör auf zu reden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.